Vielen Dank. 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 Jesus 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 Ich Jesus Jesus Amen 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 so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Sklaven, tu das, so tut er es. Als Jesus hörte, wunderte er sich und sagte zu denen, die ihm folgten, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Ost und von Westen, um mit dem Abraham und dem Isaac und dem Jakob im Himmelsreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden in der Finsternis hinausgestoßen. Da wird Heulen und Zähne klappern sein. Und Jesus sagte zum Hauptmann, gehe hin, dir geschehe, wie du glaubst, hast. Und dein Diener wurde gesund und in derselben Stunde. Das war es von mir. Lasst uns nun miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Wir sprechen zusammen des Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Ermächtigen, den Schöpfer des Christus in uns und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unser Herr. Entfangen durch den Heiligen Kreis, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, in abgestiegenen des Reich des Todes, am dritten Tag aufgestanden von den Toten, aufgefahren in den Himmeln. Er sitzt zurecht im Gottes, des barmärkigen Vaters. Von Gott wird er kommen, zurecht in die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Kreis, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ihr dürft uns jetzt und das nächste Lied, was wir miteinander singen, ist die Nummer 304, 15 Gesangbuch, Ich habe nun den Grund gefunden. Ich habe nun den Grund gefunden, der meine Gange in die Welt. Jesus, Herr Kommt, ich habe nun den Grund invitationen, An neuer Seeleierung, wo der , gemein seien, wenn der Tag in die Welt sind. ZANG EN MUZIEK 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 ZANG MUZIEK ZANG MUZIEK ZANG MUZIEK ZANG MUZIEK dass wir auch zu Gott kommen sollen und von Gottes Krafthilfe trinken sollen, die uns für unseren täglichen Leben stärkt. Unser heutiger Predigtext steht geschrieben am Brief an die Römer in Kapitel 1 und ich lese ab Vers 13. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, liebe Brüder und Schwestern, wie oft ich mir schon vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Aber bis jetzt standen wir dem etwas im Weg. Nur allzu gerne würde ich bei euch sein und bei den anderen Menschen und Menschen für Christus gewinnen, denn ich fühle mich allein verpflichtet, ob sie nun unserem Kulturkreis angehören oder nicht, ob sie gebildet sind oder ungebildet sind. Sobald es an mir liegt, möchte ich bei euch in Rom die rettende Botschaft verkünden. Ich schäme mich nicht für die rettende Botschaft, denn sie ist eine Kraft Gottes, die alle befreit, die darauf traue, zuerst die Juden, aber auch alle anderen Menschen. Durch sie zeigt Gott, wie er ist. Er sorgt dafür, dass unsere Schuld gesöhnt wird und wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Dieses geschieht, wenn wir uns alleine darauf verlassen, was Gott für uns getan hat. So heißt es schon in die Heilige Schrift. Nun, der wird Gott nur der, der Gottes Anerkennung findet und leben, der ihm vertraut. Nur der, der Gottes Anerkennung findet und leben, der ihm vertraut. Bis hier in unserem heutigen Predigtext. Wie die Gemeinde Paulus beschreibt in unserem heutigen Predigtext, die Kraft Gottes, die Gott uns schenkt, um uns zu stärken in allen Aspekten von unserem Leben. Dieses Wort Kraft, in Griechisch, ist dynamus und das heißt dynamit. Das bedeutet denn, das Evangelium ist das exklusive dynamit Gottes. Es gibt keine mächtige Botschaft mehr durch die ganze Welt als das Evangelium von Gott. Gott lädt uns ein, zu ihm zu kommen, innezuhalten und durch seine Kraftquelle, den Power-Eid, gestärkt zu werden. Gottes Krafthilfe rettet uns, verwandelt uns und stärkt uns in unserem täglichen Glauben. Paulus, die erste Stelle, taut mit uns das wunderbare Evangelium, dass Gott in unserem Leben durch seine rettende Kraft wirkt. Paulus beschreibt diese rettende Kraft im Vers 16, denn sie ist eine Kraft Gottes, die alle befreit, die darauf bestehen und vertrauen. Es gibt Dinge in unserem Leben, die unsere Kraft brauchen, um an Gott zu glauben. Langsam, ohne dass wir es merken, entfernen wir uns von Gott, da wir denken, es wird Gott nicht in unserem Leben brauchen. Wir sind ja mehr als fähig genug, um unsere eigenen Entschlüsse zu nehmen, so wie zu brauchen wir Gott in unserem Leben. So verlieren wir Verbindung zu Gott. Und diese verlorene Verbindung ist, was die Bibel beschreibt, als Sünde. Einige Menschen fühlen sich verloren, wenn sie denken, dass sie wegen dem Chaos in ihrem Leben ihre Fehler und Misserfolge außerhalb der Reichweite von Gottes Liebe und Gnade sind. Wir müssen immer wieder erkennen, egal wie hart wir versuchen, Gottes Willen zu folgen, nach Gottes Wort zu lehnen. Wir scheitern, wir machen Fehler, wir schaffen es eben nicht, so zu leben, wie Gott es von uns erwartet. Wir müssen dann erkennen, dass wir uns nicht selbst von unserer eigenen Sünde, von unserer eigenen Fehlen und Misserfolge, von unserer eigenen Fähigkeit und Tun und Lassen befreien können. Wir brauchen eben ein Erlöse, einer, der in Zukunft kommt und uns rettet. Und Gott sendet uns den Erlöse, Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. So wie diese Freiheit unser Leben regentriert, so regentriert Gottes rettende Kraft auch unser Leben. Gottes rettende Kraft ist mächtiger als unsere Sünde, als alle unsere Verlorenkeit, als auch unsere Fehler in unserem Leben. Deshalb ist niemand, aber niemand, außerhalb der Reichweite von Gottes rettende Kraft. Gott erfrischt unser Leben durch seine Bedingungslose Vergebung und Verherzigkeit, die uns und unsere Sünde befreit. An der zweiten Stelle teilt Paulus uns das wunderbare Evangelium mit, dass Gott durch seine transformierende Kraft ein unser Leben am Wirken ist, jeden Tag. Und Paulus beschreibt diese transformierende Kraft in Vers 17. Gott sorgt dafür, dass unsere Schuld gesöhnt wird und wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Ein Power-Eid gibt uns die Elektromide, die wir in unserem Leben gebraucht haben, die wir verloren haben, damit unser Körper die Besuchung schmieren kann, die erzeugen kann. In einer ähnlichen Weise hilft Gott Gottes transformierende Kraft uns, um so zu leben, wie Gott uns geschaffen hatte, so wie Gott es der Absicht hatte, in eine liebevolle Beziehung mit ihm aus unserem Vater. Gott stellt unsere Beziehung wieder dahin, die wir durch unsere Sünde vernichtet haben. Gott lässt eben nicht zu, dass wir in unserer Sünde im verlorenen Zustand treiben, sondern er transformiert unser Leben durch seine Liebe, seine Vergebung und macht uns anmehbar in seinen Augen durch die Liebe und die Vergebung, die wir von ihm empfangen haben. Diese Kraft Gottes, die unser Leben transformiert, verwandelt uns in ein Kind Gottes, das so tief geliebt wird und umsorgt wird. Und dann, in die letzte Stelle, traut Paulus uns das wunderbare Evangelium, dass Gott durch seine Kraft des Glaubens in unserem Leben täglich am Wirkunden ist. Wir leben jeden Tag von der Kraft des Glaubens, Gott, unseren Vater, allein. Unser Körper braucht ja jeden Tag gerechtliche Vitamine und wenn es so heißt, es verlieren wir von Vitamine, deswegen trinken wir ja die Powerade. Wir empfangen die Kraft des Glaubens durch den Heiligen Geist, der Heilige Geist hält unsere Beziehung zu Gott auskleidend, gesund, indem er uns täglich über Gott und den Willen Gottes für uns im Leben lernt. Der Heilige Geist dauert uns auch mit anderen Brüdern und Schwestern zusammen in einer Gemeinde, damit wir uns gegenseitig unterstützen können, untereinander stärken können. Der Heilige Geist stellt uns auch und hilft uns in den Momente in unserem Leben, wo wir erleben, wo wir wieder erleben, wo wir wieder erleben, wo wir einfach machtlos, wo wir unsere Kraft von uns nehmen. Der Heilige Geist schenkt uns in unserem Leben, Gott ist immer mit uns und wir sind in einer Gemeinschaft, deshalb sind wir nie alleine. Gott hält uns durch die Kraft des Glaubens in unserer Beziehung zu ihm ausgewandelt. Liebe Gemeinde, das Evangelium ist in der Tat das exklusive Dynamit, das mit uns die wunderbare Gewissheit teilen wird, das Gotteskraft. Alles, was wir in unserem Leben nötig haben, das Gotteskraft uns durch unser ganzes Leben durch wird. Und diese Kraft Gottes ist, Gott rettet uns durch seine Kraft, Gott transformiert unser Leben durch seine Kraft, Gott stellt unser Leben durch den Glauben, Tag für Tag. Alles, was wir tun können, ist Gott bedanken und auch an Gott glauben. Und Glauben heißt, dass wir mit voller Akzeptanz und absolutem Vertrauen uns an Gott kennen, mit aller Kraft, die wir haben, und nicht loslassen, auch wenn alles dagegen spricht. Und in der Tat gibt es keine Botschaft, die eine größere Lebensveränderung und die Ewigkeit Veränderung Wirkung hat, als das Evangelium von Gott. Deshalb, die wir, die wir Gotteskraft am Werk unserer Leben erfahren haben, die Verpflichtung haben, diese Kraft des Evangeliums mit allen Menschen um uns herum zu teilen. Und Gott hat diese Verpflichtung uns anvertraut, damit mehr Menschen erfahren können, dass Gott der Allmächtige ist, der uns stärkt und unser Leben durch seine Kraft. Liebe Gemeinden, mögen wir in dieser Woche innerhalb und zu Gott kommen und uns von Gottes Kraftruf erfrischen lassen, die uns rettet, die uns transformiert, die uns stärkt, so, dass wir diese exklusive Kraft des Evangeliums unseres Vaters Gottes mit allen Menschen um uns herum zu teilen können. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Menschen, die von uns regieren und bewahren eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Das nächste Lied, das wir miteinander singen wollen, ist das Lied, die wir vier Punkte zu ziehen und stehen, auf den ich schaue, schaue. Und dieser Stern, auf den ich schaue, ist Jesus Christus. Er ist der Fels, auf dem wir stehen und sie leben kann. Lasst uns singen. Er ist der Fels, auf dem wir stehen und sie leben kann. Er ist der Fels, auf dem wir stehen und sie leben kann. Er ist der Fels, auf dem wir stehen und sie leben kann. Er ist der Fels, auf dem wir stehen und sie leben kann. Er ist der Fels, auf dem wir stehen und sie leben kann. ZOE 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 Z So haben wir gesungen am Anfang des Gottesdienens. Darum ist jedes Abendmahl ein Fest der Freiheit. Aufrecht dürfen wir stehen und zuversichtlich nach vorne blicken auf das weite Land. An Gottes Tisch bekommen wir Gemeinschaft mit Menschen aus anderen Erdteilen, die sich auch mit uns aufgemacht haben. Menschen, die bleiben angeslogen als wir, aber dennoch Gottes Willen sind. So hören wir auch heute das Wort seiner Verheißung. Unser Herr Jesus Christus in der Nacht da verraten war, nahm er das Brot, er dankte und er brauchte es und gab es an den Jüngern und sprach, Nehmt hin und esset das Ismanat, der für euch gegeben wird, solltest du zu meinem Gedächtnis. Jesus Christus, du brummt unsere Freude und ständig unser Glaubens. Dein Licht straut hinein in unsere Welt, die sich nach Erlösung zwingt. Du lässt uns mit dem Weisen aus dem Morgenland und mit allen Christen deine Herrlichkeit sehen. Gib uns mit Brot und Fein Antau einen Schatz deiner Weisheit, dass wir aufstrahlen von Erde und Himmelsliebe. Und dich preisen wir und beten gemeinsam, Vater, unser Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich, Amen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Geheiligt werden, unser tägliches Brot in uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schulden. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede des Herrn seilnet euch alle. Kommt, kommt alle, der Tisch Gottes ist gedämpft. Ihr seid eingeladen, Gott nur bestätigt. Ich bitte, dass wir alle nach vorne kommen und einen großen Preis kommen. Ich bitte, dass wir alle nach vorne 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 kommen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.